einen wunderschönen guten morgen allemann zusammen hier zur besprechung der heutigen handelsideen vom mittwoch den fünften september die woche ist schon wieder halb um ich bin heute ein kleines bisschen über die zeit wie spät haben wir es na gut eine minute halb so wild ich hatte nämlich noch gerade hier auf der uhr die overnight range die flache overnight range vom cable aber das soll uns jetzt hier nicht weiter aufhalten für diejenigen die hier gerne noch ein bisschen mehr zu wissen wollen zu diesem trade zu dieser trading idee die kurzfristig hier mit auf den rahmen gekommen ist da können wir gerne wenn es gewollt wird später noch einmal reinschauen auf alle fälle wünsche ich uns einen schönen tag mit guten trades und ja freue mich über viele live zuschauer auch an dieser stelle bevor wir in die heutigen handelsideen reingehen wie immer der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr kapital zu verlieren übrigens selbst wenn sie ohne margin handeln würden wertpapierhandel ist immer mit risiken verbunden also das trifft jetzt nicht nur hier auf das margin trading ludger ich wünsche dir einen angenehmen start in den tag so ok dann let's go to the news was haben wir heute auf der news seite in der range der trading die wir zu beachten haben wir haben um 9 uhr 55 hier die informationen zum einkaufsmanager index für die dienstleistung in deutschland um 10 uhr gibt es dann den market einkaufsmanager index das ist dann der gesamt index sozusagen und das sind so die einkaufsmanager index am morgen also hier zwischen sag ich mal kurz vor 10 und 10 gibt es die wichtigen informationen dazu um 11 gibt es die einzelhandels umsätze für den monat juli und dann hält hier am vormittag noch der herr prät von der ezb eine rede das kann immer schön interessante bewegungen geben wir haben ja gestern eine schöne weitere dynamische abwärtsbewegung im euro gesehen ja das war sonst immer gut für den dax der aufgrund des vergünstigten euros etwas ansteigen konnten aber gestern war ja hier gruselig das ging ja brutal nach unten wir hatten ja gestern auch kurz das set up besprochen im euro wo die korrektur einfach tief läuft da gucken wir dann auch noch mal kurz drauf gibt es ein kleines update dazu dass es manchmal wirklich auch gut ist zu sagen wir warten ab was der markt macht und wenn der markt unser szenario spielt dann können wir rein ansonsten halten wir einfach die füßchen still sonst verbrennen wir nur unser geld und das wollen wir ja nicht an dieser stelle das heißt hier der bret spricht mal gucken was hier entsprechend passiert am nachmittag aus den usa auch ein paar informationen alles heute nicht so extrem relevant also keine hoch roten relevanzen hier wir kriegen um 14.30 aus den usa neue informationen zum thema exporte und importe und es gibt die handelsbilanz für den monat juli und am abend gibt es dann ein paar reden seitens ein paar fomc mitgliedern auch aus den usa und um halb elf deutscher zeit gibt es aus dem lager vom öl noch die api rohöl lagerbestände also dass die themen für den heutigen tag wie schon gesagt fokus hier wieder eu deutschland und die usa es gibt natürlich noch eine menge menge andere werte hier wo man nachrichten planen können für diejenigen von ihnen die das noch nicht so häufig machen schauen sie beispielsweise mal auf die website von investing.com da gibt es einen news planner also hier warten sie ich muss es mal ganz schnell raussuchen hier bei den nachrichten gibt es den wirtschaftskalender und beim wirtschaftskalender da können sie hier erst einmal die nachrichten für den laufenden tag sich anzeigen lassen sie bekommen die uhrzeiten angezeigt sie bekommen hier auch die relevanzen angezeigt und sie können hier im filter unten einstellen welche relevanzen sie wollen ob sie die drei die zwei oder die eins oder nur eine von denen sehen wollen alles die diese dinge und hier können sie dann entsprechend noch die länder auswählen die sie mit auf dem fokus haben wenn sie beispielsweise kanada oder großbritannien mit traden dann ist es natürlich sehr sehr wichtig dass sie auch die nachrichten aus kanada und großbritannien bekommen dass sie das lesen und dann lassen sie sich das anzeigen also hier beispielsweise wenn wir mal sagen wir nehmen jetzt mal nehmen wir mal kanada mit rein heute finde ich es auf anhieb und dann gehen wir einfach auf anwenden und zack schon haben wir hier die nachrichten drauf und sie sehen hier heute gibt es aus kanada um 14 uhr 30 ein paar informationen zur arbeitsproduktivität zur handelsbilanz es gibt heute thema zur zinslage beziehungsweise die boc spricht und es gibt die zinsentscheidung der boc also diese dinge kommen da aus kanada und das kann halt bewegung in alle währungen beispielsweise bringen die mit dem kanadischen dollar hier entsprechend zu tun haben also schauen sie da ruhig mal drauf es gibt noch viele viele andere quellen aber ich bin irgendwann mal hier bei investing.com auch hängen geblieben und deshalb nutze ich das persönlich auch ganz gerne wenn ich mal etwas weitere informationen für die wirtschaftsplanung haben möchte damit machen wir auch immer unsere wochenplanung am freitag so wo sind wir stehen geblieben ah ja wir hatten hier ganz kurz bevor wir zu den titeln kommen die ich im blog heute geschrieben habe wir hatten heute das silber wir haben den dax und wir haben die euro den euro mit der schwedischen krone diese dinge haben wir im blog mit drinnen zuvor hier lassen sie mich noch mal reingehen also interessant hier an dieser stelle habe mich jetzt ein bisschen geärgert dass ich nicht mehr geschafft habe die order einzustellen aber gut es ist halt faktisch so wie es ist schauen sie mal hier haben wir das cable und interessanterweise haben wir hier entsprechend eine flache übernacht range hier in diesem in diesem bereich und diese flachen übernacht ranges die sind immer wieder dazu gut dass der markt hier bei einem ausbruch auf die ober oder die unterseite entsprechend etwas in bewegung geraten kann und das ist das was wir hier momentan auch sehen das ist nach unten verlassen worden und hier ist auch die strategie die ich hier mit diesen dingen handle ich habe immer ein target von 20 pips und ich habe immer eine risiko begrenzung von zehn pips egal wie breit die range ist ich habe diese diese pips da ich habe natürlich lieblings ranges ich hatte dazu ja schon mal ein bisschen was gesagt wie tief die sein müssen wenn es fragen dazu gibt ich kann das gerne auch noch einmal wiederholen aber auf alle fälle das ist mal so das maß der dinge und so wird die order dann entsprechend auch eingestellt und hier einfach dann nach unten oder oben entsprechend abgefrühstückt ich präferiere natürlich am aller allerliebsten die dinge die in trendrichtung laufen das heißt wenn wir uns hier beispielsweise auch die stunde anschauen schauen wir haben die stunde in tiefer korrektur in einem abwärtstrend ich mag da natürlich viel viel lieber den breakout auf die unterseite traden weil das häufig halt viel interessanter ist für die unterseite weil da läuft der markt halt in den 15 minuten wieder in richtung der stunde und das ist dann doch das entsprechende also auch so immer schaue ich ein bisschen auf die verortung was ich dort an lieblings setup habe und meistens gehe ich die trades auch dann nur ein wenn der markt in trend richtung bricht ansonsten wenn es so zwischendrin ist fleisch und fisch sie wissen wie das ist da fühle ich mich nicht ganz so wohl also sie sehen es gibt hier möglichkeiten wie man das auch doch ein bisschen an die persönlichen geschmäcker mit anbringen kann ähnlich wie wir es hier auch in den morning sessions mit dem herrn glatt haben mit dem jens der diese diese open range breakout strategie in dachsfeld er sagt auch okay wenn der wenn der wert über einem durchschnitt ist dann gehe ich nur long ist er drunter gehe ich nur schurt in diese richtung so vom gefühl her ähnlich habe ich das hier an dieser stelle auch fernando guten morgen von meiner seite aus hier an dich oder sie das passt dann also alles auch hier im rahmen fein wieder noch jemanden mit an bord zu haben der gerne auch ich lade sie ein wenn sie ein chart analysiert haben wollen hier rein posten in facebook und dann können wir hier auch drauf schauen also das kurze ausflug zur flachen overnight range hier im bereich des cable und dann wollte ich mit ihnen noch mal eben auf das was wir gestern besprochen hatten im euro stocks 50 sind wir haben alle keine glaskugel wir suchen hier sozusagen lediglich warten sie mal jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ich muss den anderen chart aufmachen sagt wir wollen ja das teil hier haben hier ist es nämlich schon drin der euro stock 50 wir hatten ja gestern fernando super alles klar ist angekommen fein freut mich will ja kein auf die füße treten die normalen umgangsformen sind ja wir wollen ja alle höflich sein ist dass sie wenn ich hier mit jemanden mit du anspreche und der sagt okay ich will das nicht dann einfach bescheid sagen das ist also alles hier kein problem so nun zurück zum chart wir hatten hier gestern die situation im euro stocks 50 dass man gesagt hat okay wir haben jetzt hier einen brutalen schub nach oben gehabt jetzt sehen wir hier die korrektur innerhalb eines ja sag ich mal trendkanal ist dieser trendkanal der ist auch weiterhin noch vorhanden hier an dieser stelle das ist jetzt weiter am laufen wir hatten hier die situation dass man einfach sagt okay wir sind jetzt tief korrigiert und ein ausbruch auf die oberseite könnte dazu führen dass eventuell diese dynamik von hier noch einmal neu fortgesetzt wird dazu braucht man gute wirtschaftliche rahmendaten das war so die trading idee ja was ist passiert der markt hat überhaupt keine lust gehabt er ist einfach nach unten gesprungen das ist das was ich vorhin der einladung auch gesagt habe nicht einfach blind irgendwo reingehen nur weil dort ein kanal ist und man kurz drüber gespiked ist die position sofort eröffnen sondern wir hatten das ja gestern auch abwarten bis die stunde wieder nach unten läuft und dann wiederum trägt nach oben und dann haben wir die bestätigung des ganzen und dann können wir hier entspannt mit laufen weil dann die chance besteht dass der markt nach oben geht was ist hier passiert wir sind zwar drüber gesprungen gestern über diesen trendkanal aber es kam nichts hinterher warten sie ich mache das mal kurz etwas kleiner hier warten sich die linie so jetzt ziehen wir das mal runter hier so wir hatten gestern quasi hier diesen kanal nach unten laufen und sie sehen der markt ist sozusagen drüber gespiked das hatten wir gestern morgen in der besprechung auch direkt gesehen und da hatte ich gesagt mal abwarten wir gucken mal was er nach unten macht und wenn er dann wieder hoch kommt dann haben wir hier untergeordnet auch ein aufwärtstrend in seiner bestätigung alles schick alles fein das ist das was wir sehen wollten es ist nicht passiert das heißt dieses setup ist erst einmal geschichte interessant ist was jetzt passiert hier da auf das was wir jetzt hier im euro stock 50 gehen oder sehen gehe ich auch gleich noch mal im dax ein da ist eine ja in der situation die ist so wie sie jetzt ist auch vorhanden also das heißt die sind da parallel auf die handelsidee gehe ich dann im dax direkt auch gleich mal ein wichtig ist was jetzt hier in dieser range passiert bricht das ding nach unten dann wird es wohl noch etwas mehr an bewegung nach unten geben weil übergeordnet dieser große trend entsprechend hier dann fortgesetzt wird aber das machen wir gleich ich würde sagen wir springen mal eben rein in die dinge die ich im blog eintrag auch schon geschrieben hatte starten wir mal mit dem silber nicht erschrecken bitte ich habe jetzt hier mal mit absicht im silber einen wochenchart für sie gewählt warum habe ich das gemacht sie wissen ich springe ja gerne über die wichtigsten zeiteinheiten hinweg und wenn ich so große bewegungen sehe wie wir das hier haben und auch die informationen aus dem cot-report freitags wird ja immer das cot-report rausgegeben und ich habe gesehen dass freitags bei dem cot-report beim letzten report dass die 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 großen in den in diesem in diesem c-report angegeben haben dass sie erstmals in der situation sind dass sie nicht mehr abgesichert sind gegen weiterfallende kurse da dachte ich mir schon das könnte jetzt nach unten etwas schwierig werden naja gut man das sind so gedanken die man dann in diesem in diesem diesem fall hat weil die die produzenten sind ja in der regel immer auf der short seite unterwegs weil sie ja auf der produzierenden seite stehen und wenn die das dann plötzlich nicht mehr sind ja ja keine ahnung das kann dann dafür sorgen dass wir doch nach unten gehen also das ist kein so schönes bild was wir in diesem in diesem fall haben aber nichtsdestotrotz das war erst einmal die eine nachricht die andere seite ist was macht denn der mark drauf und wir sehen jetzt hier was hier passiert ist hier das ist wirklich der wochenchart schauen sie sich mal an wir haben hier unten ein tief bei 13 70 das ist das tief aus november 2015 wir sind jetzt hier unter das tief vom wo war es gewesen im juli ist das juli ja ich glaube juli ende juni anfang juli 2017 hatten wir tief da sind wir jetzt schon drunter gerutscht ja sehen sie sich das ganze mal an der markt läuft die dynamisch drunter und wenn sich das weiter fortsetzt dann haben wir schon die möglichkeit dass diese dynamik nach unten auch noch einmal hier unten die 13 70 anläuft das ist mal hier das was wir im raum haben ich mache das mal ganz kurz noch ein bisschen kleiner sie sehen so wirklich viel kommt da nicht mehr das nächste was dann kommt sind hier unten die magen dass da müssen wir dann noch ein ganzes stückchen weiter zurück also das ist eine situation jetzt wo wir sehen können ein spannender moment das heißt zum einen was passiert jetzt läuft das ganze ding weiter was passiert an der 13 70 wenn man da auch weiter drunter fahren sie sehen sie unten hier hinten schon wenn man da mal hingucken dann haben wir hier die 13 10 und die 12 40 und die marke und dann hier unten die 11 68 also wir müssen es schon sehr sehr weit in die vergangenheit gucken bis wir hier mal unten laufen können aber das ist das potenzial was ich entsprechend hier aus diesem ganzen ding jetzt entwickeln kann und da ist es gut wenn wir einfach mal in die woche reinschauen und uns bestätigen lassen was hier entsprechend passiert und wir sehen jetzt hier den bruch der ist weit in seiner bewegung jetzt gibt es ein bisschen korrektur es kann sein dass der jetzt so ein bisschen seite hin und her tingelt für diejenigen die das ganze im kurzfristigen bereich haben wollen ist das halt das schöne wir haben jetzt die bewegung drin das heißt er kann hier unten tingeln er kann aber hochlaufen ja das heißt wir können einfach mal rein laufen wieder in die ausbruchslinie also hier um die marke von über den daumen 14 30 das kann gut und gerne sein dass er einfach mal hoch läuft noch ein stückchen weiter höher geht in diesem bereich oder aber er bricht direkt nach unten weg das heißt macht jetzt hier nur so ein bisschen korrektur und da gucken wir im kurzfrist bereich also was ich vorher gesagt habe nach unten hin mit dem mittelfrist bereich das ist eher was für das swing trading aber swing trading kann ja auch interessant sein wenn es der markt weiter spielt ja schauen sie halt hier dass sie nicht so in überdehnende bewegungen reingehen da fühle ich mich persönlich komplett unwohl im swing bereich das heißt im swing bereich halte ich jetzt hier absolut die füße still weil ich einfach nicht weiß wie es hier unten weiter geht das kann so eine knausch zone sein wo man dann einfach sagt okay jetzt springt der markt doch wieder nach oben an und dann stehe ich gegen die richtung das heißt ich warte erst mal ab wie sich die korrektur hier entsprechend entwickelt für diejenigen von ihnen die aber diesen fokus den ja viele haben die kurzfristigen bewegen auch mit traden wollen die schauen sich das einfach mal in der stunde an und wir sehen hier in der stunde brutal nach unten diesen wahnsinnigen schub so jetzt haben wir die korrektur jetzt geht es nach unten aber wir sehen hier beide gibt es immer dann wenn es nach unten gelaufen ist schiebt der markt wieder nach oben das ist so ein bisschen so ein zeichen von schwäche dass man jetzt sagen kann okay es könnte noch ein bisschen weiter nach oben gehen das heißt das ding was wir hier dann sehen könnten wäre dann entsprechend hier etwas hochlaufen das heißt hier noch mal nach oben dann hat sich hier untergeordneten aufwärtstrend in der stunde gebildet und das teil könnte sich halt eventuell hier in der korrektur hier ein stück weit nach oben ziehen je nachdem und wenn das teil dann wieder rumdreht das heißt wenn die korrektur der stunde zu ende ist und wieder rumdreht dann dann wird es für mich zeit zu sagen okay jetzt könnte ich eine entscheidung treffen zu sagen wir wollen dann doch mal noch ein stückchen mit nach unten drehen weil dann ist wieder ein bisschen mehr potenzial auf der shortseite da und das ist das was ich persönlich spannend finde für diejenigen von ihnen die das ganze nach oben schweigen wollen die können natürlich sagen sobald hier in der stunde ein aufwärtstrend da ist kann man reinlaufen weil die problematik einfach die da ist dass im kurzfristigen bereich momentan in meinen augen nicht ganz so viel zu holen ist weil durch diesen starken schub nach unten wir haben jetzt hier an dieser stelle die tageshochs die angelaufen werden könnten die sind schon ganz schön weit weg ja da ist also häufig viel zu viel raum um das ordentlich anzulaufen auf der unteren seite sieht es genauso aus ich meine wir haben wir das tagestie von gestern okay das könnte angelaufen werden aber danach kommt einfach eine ganze weile nichts mehr und das sind so die sachen wo ich mir persönlich sage okay da möchte ich einfach die sicherheit haben dass ich irgendwo was habe wo jemand warten kann mit seinen orders dass ich dann die gewinnmitnahme machen kann wenn ich da nichts sehe ist einfach zu wenig potenzial da das heißt hier das ding ist eindeutig was für die watchlist und wenn dann bewegung ins spiel kommt dann zuschlagen ja ähnlich wie ein krokodil im wasser das bleibt liegen bis das tier was es fressen will die 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 den kopf im wasser hat zum trinken dann schnappt das krokodil zu weil dann ist das risiko am kleinsten dass es noch wegrennt und genau so machen wir das im trading wir warten auf den richtigen moment und wenn der gekommen ist zack dann schlagen wir zu und dann wird die position eröffnet das sind die dinge deshalb hier das silber eft was für die watchlist so jetzt kommen wir mal zum dax lieblings trading index vieler deutscher händler ist wie es ist was haben wir hier im dax sie sehen was ich eingezeichnet habe das ist dieser große blaue abwärtstrend den wir momentan haben und der hatte zwischendrin mal einen schönen aufwärtstrend der wunderbar als korrektur da war die zeit konnte man genießen was haben wir jetzt jetzt haben wir wieder die abwärts dynamik wir stehen hier brutal tief unten mittlerweile sie sehen diesen diesen wahnsinnigen schub wir haben was was das wirtschaftliche ding angeht läuft es in deutschland und europa eigentlich recht gut aber was der markt hier möglicherweise macht das ist ja reine mutmaßung wir sehen halt nur erfällt wir haben halt auch ein paar kleine problemchen auf unserer welt gerade auch hier in europa ich sage mal beispielsweise ein ding ist was passiert denn nun mit großbritannien wie wird der brexit geschehen wird es ein geordneter oder kappeln die sich so lang dass es ein ungeordneter wird das sind natürlich alles risiken das spielt übrigens auch die währung euro-britischer fund ganz gut wieder das sind risiken und das zieht es hier nach unten wir haben das thema italien wir haben das thema türkei momentan also das wir haben schon ein paar herde hier die uns in europa betreffen wo wir sehen können okay hier schiebt der markt einfach momentan die angst und das ist das bild was wir hier sehen wir haben den dax ja schon das ein oder andere mal ja auch besprochen ich hatte auf dem weg nach unten auch mal ein paar zielmarken angegangen wo verkäufer auf uns warten könnten die haben auch allesamt getriggert wichtig ist was jetzt hier unten passiert hier haben wir die marke von 12.000 über den daumen 12.160 punkten hier in diesem da schiebt der markt momentan einfach wieder drunter wir haben hier im dax auch noch ein bisschen potenzial nach unten hin zum thema tagestief also auf der unterseite ist das hier schon interessant weil wir haben hier das tagestief vom 17.8 liegen das könnte ohne probleme angelaufen werden das ist eine schöne reichweite das liegt in der normalen schwankungsbreite vom dax an dieser stelle und dann ja dann kommt schon die psychologische marke von 12.100 punkten ins spiel bricht das teil dann haben wir die fortsetzung dieses blau eingezeichneten abwärtstrends und dann wenn das passiert dann könnte es durchaus noch etwas tiefer gehen etwas tiefer schauen sie wir haben hier entsprechend die tiefs 11.700 punkte das ist das was wir hier in diesem brutalen rutsch anfang des jahres im februar nach unten hin hatten ja das kann schon passieren dass wir dahin laufen aber nichtsdestotrotz wenn wir das ganze tun dann haben wir irgendwann auch wieder das potenzial der umkehr aber momentan sieht es halt so aus nach unten gerichtet springt der markt hier ab wie schon gesagt dann gibt es das tageshoch von heute mal als anlaufpunkt mittelfristig als korrektur das ganze wenn dann doch stärker reinkommen sollte haben wir hier natürlich auch deutlich weit weg liegen aber wir haben hier auch noch ein paar tageshochs bei um die 12.400 12.480 punkten das ding mal auf der oberseite also wie schon gesagt hier kann viel bewegung reinkommen müssen wir mal abwarten auf alle fälle viele sachen stehen weit in der bewegung auch der stundenchart wenn sie sich das anschauen wir hatten hier die korrektur jetzt schiebt er wieder unten rein wichtig ist was passiert denn hier unten er kann natürlich an der ungefähr 12.100 punkte marke abprallen oder einfach drunter durchschieben also fokus auf die richtigen sachen das macht ihr denke ich jetzt den sinn also was passiert hier und dann können wir einfach reingehen so und damit zum euro schwedische krone das im währungspaar das auch hin und wieder mal dazu einlädt einen trade auch abzusetzen hier in der analyse mal wieder wie immer schön im tageschart hier ist eines meiner lieblings kurs muster dass ich sehr sehr gut traden lässt und zwar haben wir hier einen schönen kursanstieg innerhalb eines bestehenden aufwärtstrends hier sehen sie mal diesen großen aufwärtstrend beziehungsweise hier diesen bewegungstrend der sich schön nach oben entwickelt hat die letzte dynamik war sehr sehr hoch das war so eine schöne schon schöner spike nach oben und jetzt sehen wir hier eine in meinen augen gesunde korrektur über die preistiefe relativ flach in einem abwärtstrend kanal und sobald das ganze teil nach oben dreht dann hätten wir den trigger auf die oberseite was haben wir auf der oberseite zum anlaufen auf alle fälle mal der weg nach oben wäre dann mit einem bruch der stunde nach oben hin erst einmal wieder eröffnet wir haben die nächsten anlaufpunkte hier in ein paar tageshochs um die 10,58105 und was haben wir hier die 10,62819 das war mal hier die tageshochs an dieser stelle nageln sie mich da bitte nicht auf die letzten nachkommastellen hin das sind so die tendenzen da wollen wir entsprechend hin das sind so über den daumen zahlen sozusagen dann können wir das ganze hier nach oben stehen ablegen also wenn das ganze rumdreht dann haben wir das potenzial zur oberseite die korrektur kann natürlich auch noch ein stück tiefer laufen interessantes anlauflevel auf der unterseite wären dann natürlich hier die 10 47 374 das war dieses ausbruchslevel hier wo dieser größere trend entstanden ist das sind geschichten das kann ohne weiteres hingehen wir warten hier einfach ab aber umkehr heißt für mich persönlich ich gucke den trendverlauf hier mal in der stunde an das ist der schöne abwärtstrend den wir jetzt laufen haben schön nach unten getingelt das ganze hier wenn der hier oben sozusagen drüber schiebt und das ganze dann korrigiert und wieder hoch läuft dann haben wir den aufwärtstrend den ich gerne sehen möchte dann haben wir in diesem chart hier ich ziehe das mal kurz für sie etwas näher ran ungefähr ob es das ist das falsche kleinen augenblick ich muss das mal kurz kleiner machen solch hier ist jetzt der kanal und medien über die oberseite verlassen das wäre dann interessant heißt also worauf ich hier warte ist der schub nach oben und dann mag langweilig klingen oder nicht aber für mich ist das einfach das rezept das ich gut reden kann eine korrektur dass ich nicht nur den schub sehe moment so ein bisschen kurz ich will hier drüber so den schub dann möchte ich eine korrektur und wenn der markt dann egal an welcher stelle je früher natürlich je besser wieder rumträgt auf die oberseite dann habe ich die bestätigung dann habe ich den aufwärtstrend in der stunde der in den aufwärtstrend des tages läuft und das teil ist einfach genau das was ich liebe zu traden was immer wieder gut funktioniert und uns anzeigt dass der markt einfach nach oben laufen möchte das ist es nicht mehr nicht weniger so jetzt habe ich habe ich sie nicht gelangweilt mit einiges auch an theorie die ich hier heute mit reingebracht habe ich wünsche allen gute trades ich freue mich über die live zuschauer hier auch ihre ja sag ich mal geduld hier bis zum ende dabei zu bleiben heute waren es wieder gute 25 minuten ich versuche das immer so auf 15 minuten so zu grenzen damit wir einfach schnell auf die wichtigsten fakten auch eingehen können haben sie gute trades wenn sie fragen haben melden sie sich ruhig auch alle die das ganze im nachgang schauen auf dem youtube kanal von ticmel an sie auch ein dank fürs reinschauen wenn sie fragen haben melden sie sich einfach an dieser stelle danke bis morgen gute trades ich freue mich drauf alles gute ihr mike seite tschüss